Wenn man nach der Planung bei der Hausausstattung angekommen ist, dann wird es eigentlich richtig schön. Also man beschäftigt sich mit der Innenausstattung, mit Böden, mit der Treppe, mit den Innentüren und man kann dann sich eine Collage bauen, dass man einfach sagt, okay, ich nehme mir das Material des Bodens, lege es an die Treppe oder lege die Türe vielleicht dazu als Dekor, dass am Schluss tatsächlich alles eine Harmonie gibt.